so erstmal guten tacho leute ich hoffe heute bleibt es trocken ist auf jeden fall warm ich weiß nicht 18 19 vielleicht sogar 20 grad wir haben heute den 19 10 irgendwie sah es vorhin noch schöner aus aber ich fahre jetzt noch thunderbike treffe ich da mit ein paar leute fahr da noch eine kleine runde eventuell ein paar zukunftsgespräche aber dazu irgendwann mehr wenn es mal mehr gibt heute in dem video geht es eigentlich mal ich fahre jetzt ja ein jahr harley jetzt ist sogar ein bisschen länger als ein jahr und ich stehe jetzt hier so blöd am straßenrand weil ich gerade noch meine nachtbrille meine nachtfahrbrille hier dran hatte und ich musste sie mal eben da reinpacken viel passiert ist nicht außer viel gefahren was ihr sehen könnt was hat man nur auf instagram gesehen ich habe mir jetzt hier auch so eine chicano decke sonne so ein separator wie das heißt ja ich muss das hier noch anders umbauen und ich habe das beim letzten mal ganz schnell dran getackert werde ich noch optimieren definitiv ist ein gutes stück eigentlich so wie ihr sie kennt und so viel dran gemacht habe ich jetzt ja nicht dass die auspuff geschichte ja damit bin ich immer noch nicht durch ich habe ja was zu hause liegen aber einfach jetzt momentan keine zeit gehabt und keine lust und fokussierung auf andere sachen und auch privat halt ein bisschen anderes deswegen auch ab und zu mal unregelmäßig ein paar videos aber ihr wisst das ja von mir ich lasse euch einmal so ein bisschen teil daran haben wie es gerade aussieht ja was habe ich sonst noch gemacht led scheinwerfer das war es eigentlich dann hatte ich eigentlich vor kurzem mal die koffer ab bin dann mal eine runde gefahren dann mal wieder dran meine handy halterung von von shepard warum ist hier zu locker da habe ich jetzt mal daran gespielt habe scheiße muss ich wieder festschrauben ja sonst ist nicht viel passiert was jetzt auf jeden fall neu muss ich brauche hier so ein eher dieses cover hier weil da reißt das chrom nämlich ein glaube ich sie zumindest so aus aber die sind ja was sagt nicht so teuer und was jetzt auf jeden fall spätestens im frühjahr kommt ich bin mir noch nicht so ganz sicher also ihr seht ja ist ja immer noch kein weißwandreifen und hinten ja ich bin mir immer nicht sicher wie vorne auf 21 zoll umbauen soll deswegen habe ich die ganze zeit gewartet klar ich hätte mir schon längst ein weißwandreifen jetzt bestellen können aber ich war mir einfach noch nicht sicher und ich bin mir immer noch nicht sicher was ich machen soll soll jetzt fahren wir mal weiter aber die brauche ja nicht ewig im stand stehen vor allem mit standgas und ich muss auch irgendwann mal ankommen hier okay so aber jetzt hab da mal das erste mal den blick von hier mit der decke vorne ich habe jedes mal immer wieder neues grinsen im gesicht wenn ich mit dem bike fahr wenn ich mit der hd fahr und ja jetzt ist es etwas überall als ein jahr ich weiß gar nicht mehr genau das datum wann ich die gekauft habe aber als ich die erinnerung damals auf meinen facebook account bekommen habe jetzt fängt das auch noch an zu pissen ja wundervoll kann aber eigentlich nicht viel sein da habe ich schon die idee gehabt da kommt machst du ein video eine hd fahren wie ist es so bräuchte das den kauf oder jetzt mal anderes kaufen sollen oder jetzt eine z behalten sollen oder oder dein eisenschwein also die alte cover also nach wie vor bin ich voll im harley hype mehr als vorher sogar wenn ich die kohle hätte würde ich mir sogar eine zweite holen also allein was ich mit der hd schon alles erlebt habe jetzt nach leipzig wieder gefahren die ganzen ride outs mit euch da draußen und überhaupt das ein oder andere mal mit meiner frau zu fahren also ich weiß nicht also ich finde hier drauf habe ich ein ganz anderes motorrad fahrfeeling aber was macht der bus denn da vorne habt ihr das gesehen der war aber ganz schön am pennen da vorne nur wegen was zu fressen alter das hätte aber ganz schön schief gehen können jetzt aber gerade richtig gerechnet oder sieht das hier rechts warum ist meine spur hier trocken und die rechts ist nass ja keine ahnung ja also wie gesagt ich ich hätte nie gedacht dass also ich war ja schon so lange motorrad und früher ob das illegal ist oder nicht aber ich fahre halt echt schon lange motorrad und habe ja schon so viele motorräder durch in meiner motorradlaufbahn sozusagen und ich hätte ohne witz ich hätte nie gedacht ich weiß dass es das es gibt viele die das sagen und ich weiß auch nicht ich glaube es gibt auch einige die sagen oder die das auch nur sagen weil sie wissen harley ist einfach scheiße teuer harley ist irgendwo mittlerweile prestige geworden und das ist ja auch irgendwo so aber ich jetzt für meinen teil ich habe ja früher immer gesagt und ihr wisst dass ich kaufe niemals eine harley und dann bin ich ja mal die 48 gefahren und ab da war ich am harley band drin so ich hoffe ich werde jetzt nicht nass hier ja kein bock drauf heute nass zu werden und dann wieder krank zu werden egal kamera nimmt auf allein deswegen schon das kann nichts anderes ist so also allein habe ich jetzt aufgehört keine ahnung habe mich jetzt ablenken lassen also das harley fahren genau jetzt weiß ich wieder es gibt ja einige die kaufen sich eine harley weil sie einfach nur teuer ist und sei es auch sei sei den leuten gegönnt die sich das nur deswegen leisten wollen und leisten können und mal ebenso aus den ärmel schütteln ist auch irgendwo so ein vorzeigeprojekt geworden wurde sagt je nachdem welche harley der hass das siehst du sofort der mensch hat kohle oder er zahlt auch viel dafür ab und es ist ihm wert egal wie aber wenn man sich das leisten kann dann sei ihm es gegönnt und wenn es auch nur eben als ja was ja heutzutage auch viel ist was es aber immer schon gab dass sich der eine oder andere das nur kauft um zu zeigen jo ich habe es geschafft oder ich habe die kohle wie auch immer und dann gibt es halt die andere fraktion also es gibt eigentlich drei fraktionen die eine die das nur aus prestige kauft weil sie die kohle hat als vorzeige objekt wie auch immer genauso stellen sie sich dann dass den teuersten suv oder porsche oder was auch immer vor haustür und einfach nur weil sie es können nicht weil sie es brauchen oder wollen dann gibt es die harley fahrer eigentlich ist das schon wieder ein thema aber ja egal ich erzähle ich dann gibt es welche jenige die kaufen sich um irgendwo dazu zu gehören weil sie keine ahnung denken nur mit einer harley kommt irgendwie ins gespräch oder so oder wie auch immer das ist aber auch wieder eigentlich ein gesondertes thema aber das kann ich ja mal kurz anstellen und irgendwann werde ich das mal vielleicht in einem extra video dafür verpacken wenn ihr da bock drauf habt schreibt einfach in die kommentare ja und dann gibt es die leute sowie mich zum beispiel was ist denn da schon wieder los jetzt ist hier stau ich flippe hier gleich aus mir fällt gleich mein ei aus der hose da habe ich ja gar keinen nerv drauf jetzt so und dann gibt es die leute wie mich die ist ja egal ob die schon immer bock drauf hatten oder nicht ich bin jetzt einfach nur darauf auf so nahe gekommen ja weil mir das fahrgefühl einfach doch viel mehr zu sagte als ich mir zugestellen wollte früher ohne das ding mal gesehen und angefasst zu haben und ja das fahrgefühl was mir harley vermittelt das hat kein anderes bei geschafft das sage ich ganz ehrlich ich muss mal eben die wenn sie ein bisschen sauber wischen weil das echt abpissen gerade also ist seltsam grenzen aber ich fahre jetzt ja auch nicht wirklich schnell von also jetzt ist ja wirklich so kack stau ich kack ab ehrlich ja und dann gibt es halt so sollte wie mich die denen die ich weiß nicht nicht ich will es nicht sagen die bedeutung aber ich hatte mich vor einiger zeit mal mit dem max unterhalten von jetzt mittlerweile rock da clean von rock da bike wir haben da so ein bisschen kontakt und ich weiß gar nicht mehr wie wir darauf kam aber auch er sagte mir damals hatte mir auch eine lange sprachnachricht geschickt für ihn ist harley fahren eine passion geworden so und das ist irgendwie so auch so eine lebensaufgabe keine ahnung aber es erfüllt ihn als erfüllt ihn einfach zusätzlich noch neben familie und alle möglichen was er sonst noch hat genauso wie er jetzt seinen traum beruf da ausübt erstmal grüße gehen raus max ich habe das nicht vergessen da damals und ja und ich weiß auch gar nicht mehr da müsste ich jetzt nachlesen und gucken wie wir auf dieses thema kam und auf dieses gespräch aber seitdem hat es bei mir auch so ein bisschen geratert wie ist denn jetzt bei mir geworden seitdem ich jetzt harley fahren hat sich bei mir irgendwie was verändert und ich finde schon also das motorrad fahren jetzt nicht allgemein das motorrad fahren sondern dass wenn ich mich auf die harley gesetze irgendwie fühle ich mich deutlich freier von allem als als jemals zuvor auf jedem anderen bike also freier von negativen gedanken oder was ich erzähle gleich weiter wenn ich hier rüber bin weil ich kriege ja gleich einen anfall alles sauber an der harley und jetzt ist hier wieder alles dreckig ja leckt mich doch am arsch ich habe jetzt mal wieder angemacht aber ich glaube ich fahre genau in das wettergebiet rein ja so ist manchmal verabredet man sich mal zum motorrad fahren und denkt sich dann hast du mal die zeit und ja was ist ein scheiß dreck ist ja da muss ich jetzt durch ich habe ja zur not mein regen kondom dabei aber so wie ich mich kennt sich das scheißding sowieso wieder nicht an und naja wir werden sehen also ja jetzt erzähle ich noch mal so neu weil ich jetzt einige minuten aus hatte also bei mir ist es jetzt auch so dass wenn ich also es war früher immer schon so motorrad fahren ist natürlich hobby motorrad fahren war früher auf jeden fall auch so ein bisschen adrenalin weil schnelle kisten und so weiter und man bis zum die kurven jagen und so ich glaube alle die so ein bisschen naked bahn oder naked bike oder rennmaschine fahren die wissen was ich mein oder auch der ein oder andere der mit seiner halle ein bisschen zügiger fährt also ist ja nicht so dass ich hiermit jetzt auch nur wie also wie eine oma mit ihrem rollator fährt hier durch die gegend ja außer jetzt gerade im regen irgendwie verträucht im reifen noch nicht so ganz bei nässe egal was sich bei mir so ein bisschen geändert hat ist ich fahre nicht mehr wegen dem kick oder so ja das sowieso nicht ich war jetzt nie so derjenige der sich so stark in ich sag mal wie soll ich sagen in straßverkehrsrechtlichen grauzonen bewegt hat da war schon keine grau zu mehr aber ich habe halt einige kollegen gehabt oder noch den ein oder anderen kollegen der auf jeden fall in geschwindigkeiten fährt und in aktionen oder die geschwindigkeiten aktion fahren da bist du jenseits davon dass du jemals seinen führerschein wieder bekommst das habe ich also habe ich eigentlich nie gemacht ich war auch nie ein fan davon auf der öffentlichen straße mit dem knie auf dem boden also gezwungen also das raus zu provozieren weiß ich nicht auf der einen art ist das natürlich gut wenn du weißt dein motorrad so zu kontrollieren aber eine öffentliche straße als rennstrecke zu benutzen ist natürlich auch absoluter käse habe ich damals auch nie gemacht und wer jetzt nicht machen da habe sowieso nicht mein armes motorrad also das war früher schon nicht so wenig mit kick aber ich bin natürlich auch gerne mal ein bisschen schneller gefahren auch mal autobahn und so auch mal mit meiner zx 12 r da das auch meine drei vorne stand hat man auch alles gerne mal gemacht aber keine ahnung ich habe meine motorräder immer wieder gewechselt weil ich nie so angekommen war wo ich hin wollte und dann hatte ich meine z und die wollte ich immer haben seit jugendtagen und dann bin ich bei harley angekommen und ja irgendwo will ich jetzt nicht sagen traue ich meine z her ich weiß dies in sehr guten händen aber ja keine ahnung für das was ich irgendwann mal vor habe als zweitmotorrad zum umbau oder so wäre mir die z viel zu schade gewesen oder andersrum irgendwann ich hole mir auch irgendwann wieder ein zweitmotorrad gar keine frage und bin mir aber immer noch nicht sicher wartet dann sein soll will ich auch irgendwas altes haben irgendwas klassisches auch was luftgekühltes keine ahnung also da das ist aber auch eigentlich ein anderes thema aber ich weiß ich wusste genau wenn die harley da steht was soll ich dann was sollte ich dann mit der vn ich bin die seitdem nicht mehr gefahren außer an den tag meiner hochzeit und weil einfach das gefühl hier drauf erstens ist die irgendwie breiter gut es gibt auch andere modernere also vergleichbare motorräder von kawasaki oder was weiß ich nicht auch aber dennoch keine ahnung da spielt schon im kopf der name harley davidson eine ganz große rolle und das sage ich auch bewusst so dass es im kopf eine sehr große rolle spielt denn es hat bis jetzt keine marke kein kein hersteller so keine ahnung also die leute so bewegt aber ob man es jetzt verstehen kann oder nicht spielt auch keine rolle aber auch qualitativ war harley nie auf dem obersten podest aber dennoch mit dem mit dem spirit der lifestyle in harley davidson irgendwie immer geschafft hat aufrecht zu erhalten dieses freiheitsgefühl gerade so in amerika und was hier dann so rüber geschwappt ist und in anderen teilen auf der auf der welt und das hat keine andere marke geschafft und ich konnte es auch nie verstehen ich habe so oft gesagt ist ja nur weil der harley drauf steht ja was soll denn da so toll sein wisst ihr noch wo ich dann damals bei thunderbike war um und mir die 48 ja die habe ich ja dann gefahren und dann habe ich danach auch so eine street bob oder auf dem verausten software modell damals gesehen der hund wollte mich angreifen ist der verrückte oder auf jeden fall nur schweißnähte begutachtet ich habe mir nur die schweißnähte in den tank angeguckt und da habe ich mir gedacht alter so was kannst du dir eigentlich nichts das kann es doch niemanden zumuten für so viel geld solche sachen und das sage auch heute noch aber sobald du hier drauf sitzt und fährst und und das einfach spürst leute für die die sowas noch nie gefahren sind ihr wisst das einfach mal machen das ist ein ganz 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 anderes gefühl und ich bin auch mittlerweile so auf landstraße ich fahr 90 ist mir scheißegal ob da 100 erlaubt ist oder nicht oder keine ahnung einfach weil das der gemütlichste ton von dem von dem motor ist der gemütlichste vibrations ja weiß ich nicht modus den du dann in deinem körper spürst und ich brauch dieses ganze herumgeballer gar nicht mehr und irgendwie ist das so ein ja jetzt wo ich sagen will entschleunigen stehe ich hier wieder im stau ja leckt mich doch komplett am arsch hier das darf doch nicht wahr sein was mache ich denn jetzt ich kann doch jetzt hier nicht bis in alter wie lange habe ich denn noch ja das ist halt bei mir auch so dieses komplette entschleunigen klar wenn ich mal ein bisschen schneller fahren will ich brauche nur am gas drehen ist jetzt aber nicht so wie die rennmaschine die ich mal hatte oder wie die z oder so hier kommt natürlich auch druck aber mehr brauche ich gar nicht ich brauche nicht mehr da bin ich komplett weg von so wie hier ich kann ja auch einfach mal überholen ganz gemütlich auf ganz entspannt und mehr brauche ich nicht so klar gibt es jetzt auch die neuen hagel ist ja mal die viel größeren motoren und so weiter ja klar da würde ich auch nicht nein sagen weil es auch darum geht auch unter tue ich doch mal ein bisschen mehr druck zu erzeugen und all das aber dennoch ich bin mit meinem ding was ich mir jetzt hier leisten konnte super 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 zufrieden ich habe was klassisches was ich mit so ein bisschen modernen paare und keine ahnung das ist für mich so richtig harley so was so neue mickey maus geräte da die da sowie neue sports da es oder wie sie heißt keine ahnung das ist für mich keine halle mehr wenn ich schon wenn ich schon die armaturen seh da weiß ich nicht da kriege ich direkt ein hühnerauge auf dem linken rodensack also auf dem linken boden darf man hier schon wieder alles nicht für voll nehmen weil ich hier von mir gehe aber ja ist einfach so keine ahnung warum ändert man genau das was man haben will so na gut ich kann verstehen ich schweiz zwar jetzt ein bisschen ab aber so ein bisschen darüber erzählen ist natürlich auch nicht verkehrt natürlich möchte harley davidson auch auf die andere ja auch das ist ja auch natürlich eine andere generation sozusagen aber auch auf die anderen leute zugreifen die sich sonst irgendwie die ducati gekauft hätten oder irgendeinen anderen bums kram aber dennoch ja ich weiß auch nicht das ist für mich keine richtige harley aber ja das hat man glaube ich auch schon vor 30 jahren gesagt als dann der erste evo kam oder so dann haben die alteigen gesessen auch gesagt das ist für mich keine harley und ja und trotzdem hat harley überlebt und harley hat immer noch ist immer noch geschafft in spirit weiter zu tragen und ich glaube auch in zukunft wird es genauso passieren von daher ist das was ich hier sage so völlig irrelevant wie gesagt ist auch immer nur so eine persönliche meinung und ja es gibt genug leute die sich dem modernen mickey maus kram kaufen die auf dem musikino da stehen und auf wassergekühlte motoren und so einen ganzen bums und sollen sie machen und trotzdem landen sie bei der marke harley und dann ist doch alles gut haben sie auch ein stück von dem kuchen wie wir alle auch wenn wenn jeder motor jetzt nicht gefällt oder diese neue generation an motorrädern aber spielt keine rolle unterm strich sind wir alles harley fahrer und ja und die kommen dann halt auch in den genuss in diesen so ist ob man jetzt dazu ob man davon jetzt auch und es gibt ja welche die daraus sogar ein lifestyle ja die leben oder wie auch immer ja auch früher immer gesagt wo ich noch keine harley hatte guck mal der fährt eine harley jetzt hat er auch noch eine harley jacke und also geschichten jetzt habe ich selber eine harley jacke an hier die soft jacke von harley habe ich jetzt ja selber an und sich mützen und also caps full caps die new era caps und alles habe ich auch schon einige jetzt gesammelt da früher immer die über die leute gelacht aber keine ahnung ich habe halt nie verstanden und nie gewusst warum die so überzeugt sind ja von so einem hersteller und jetzt verstehe ich nicht ich kann es auch kaum in worte fassen man muss es eigentlich selber mal erleben und fühlen aber das andere ding ist das tut eigentlich auch jede andere motorrad mark und jedes andere motorrad eigentlich macht es nur die sache an sich selbst motorrad fahren verbindet ja das stimmt auch was ich aber sagen muss ist egal welches motorrad ich vorher hatte ich hatte nie so leute die auf einem zug kam oder dass man auch auf andere zugeht da und hier und jo ich weiß nicht wie man das sagen soll aber seitdem man seitdem ich harley fahr ist das eine ganz andere nummer dass leute auf einen zukommen da ist aber ein schönes motorrad und geil und halt immer schön und vor allen dingen auch mal so eine weiße nicht so standard weiß sondern perlmuth weiß sieht man ja so selten alle fahren schwarze harleys oder irgendwas krass umgebaut ist aber meistens ist irgendwie mal schwarz und keine ahnung also ich komme da deutlich mehr ins gespräch mit anderen motorradfahrern und halt nicht nur alle fahrern sondern auch alle möglichen anderen die das bike schön finden ich bin aber ehrlich da bin ich aber auch so ich würde aber auch nicht zu jemand anders gehen der irgendeine weiß ich nicht en 500 fährt weil mich das motorrad eigentlich gar nicht interessiert so wisst ihr wie ich meine ohne jetzt da habe ich aber vorher nicht interessiert egal ob ich jetzt eine z gefahren bin oder so wenn ich jetzt eine schöne alte zetze so etwas klassisches dann gehe ich auch in seite geiles teil aber aber ich finde ich finde schon oder sagen wir mal so das ist meine persönliche erfahrung jetzt in dem letzten jahr die ich gemacht habe dass das bei einer harley deutlich öfters vorkommt so dass die leute einen ansprechen oder man mehr ins gespräch kommt mit anderen menschen auch diese auch diese ganzen gruppen die entstanden sind jetzt und wo ich auch so ein bisschen ich will nicht sagen mit reingerutscht bin aber guckt euch doch mal an seitdem ich hier harley fahrer oder shopper fahrer sagen wir mal allgemein shopper fahrer und die ride outs veranstalten es kommt überwiegend harley fahrer harley indien du hast ab und zu auch mal was anderes dabei und bei mir ist jeder willkommen das sage ich jetzt mal ganz klar vorneweg aber ich ziehe schon explizit harley fahrer an harley und indien fahrer bei indien wird auch langsam mehr auf meinen ride outs also du hast da 90 prozent harley 10 prozent indien oder neun kommt neun prozent indien und die restlichen ein prozent ja teilt sich gemischte gruppen da wie gesagt das ist auch meine persönliche meinung und das kann jeder von euch anders sehen so ich kann euch nur sagen wie es für mich ist das muss jeder für sich selber entscheiden so kann sein dass jemand anders ist voll der kawasaki-fan und bei ihm ist genau das halt so und ich sage euch auch meine zweite marke meine zweite nummer eins ist und bleibt auch kawasaki also da eins vorweg nicht jeder der harley fahrt und nicht jeder der korrekt ist nicht jeder von denen das korrekt es gibt auch richtige arschlöcher die gibt es aber auch überall aber ich glaube das auch mal anderes thema gibt doch so gewisse ihr kennt das doch es gibt doch so gewisse bilder sprüche im internet war die fahrer gucken alle nur böse oder was weiß ich nicht alles und eingebildet und bleibli blub ja und die gibt es kann ich euch sagen aber gibt halt auch eben genau die ganz andere seite und ich bin so mix aus beiden ich gucke böse und bin glücklich aber das ist die wahrheit was soll ich sagen was soll ich euch denn anlügen jetzt ist doch so ja nee und keine ahnung also ich habe auch ich habe auch noch nie in einem jahr so wenig an eine motorrad geschraubt wie an der harley muss ich sagen einfach weil ich setze mich hier drauf und und hatte ich bin verzaubert in einer ganz anderen welt es ist einfach irgendwie so keine ahnung auch die fahrt nach leipzig so ich bin durch wegen so ich bin eigentlich zu 90 100 gefahren auf der autobahn es war mir scheiß egal dadurch langsamer war ich hätte natürlich auch schneller fahren können gut ich hatte damals noch probleme mit meinen finger aber ich wollte gar nicht schneller fahren ich wollte was man genau dass das ist auch so ein ding so klar das hätte mit meiner cover vn hätte ich das genauso gemacht da wäre ich auch nicht schneller gefahren weil ich da auch einfach mehr sehen will aber das ist halt hier jetzt ja genauso und du hast dann mit 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 einer gemütlichen motor ja mit so einem gemütlichen motor impuls durch die gegend und du kriegst viel mehr von 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 der länderei links und rechts neben also wie sollte sagen man bekommt viel mehr von der umwelt mit so außer jetzt hier im stau stehe und hier sowieso scheiß wetter ist das interessiert mich die umwelt nicht aber weiß nicht ob ihr versteht was ich sagen will aber irgendwie nimmt man seine umgebung deutlich mehr wahr das ist das liegt jetzt nicht an der harley an sich selbst aber vielleicht ist es bei mir einfach so weil ich aktuell so extrem zufrieden bin mit dem bike und so ich muss schon sagen eben weil so ein motorrad einfach verdammt viel geld kostet und auch wenn viele harley fahren aber du siehst trotzdem ich würde immer noch sagen dass die mehrheit hier bei uns eben keine harley fahren und klar jetzt von meinen anhängern hier auf dem kanal und sonst wie ist kann ich die leute anziehen dafür etwas jeder anderthalbe eine harley aber wenn man jetzt mal so vergleichen der ganzen bevölkerung es waren so viele motorrad aber relativ wenige will ich jetzt nicht sagen aber es sind schon und im schnitt deutlich weniger den die halle fahren einfach weil denen das auch nicht wert ist so viel geld für so ein altes motorrad muss man mal sagen die ist ja auch von anfang 2000 2001 leute dies dies immer 20 jahre alt wer zahlt weiß ich nicht was hat so ronde ball das gekostet mit allem und ich sag jetzt mal 12.000 euro für 20 jahre altes motorrad außer eben welche die harley fahren wollen ist so wer zahlt 25 jahre das alte ist also meine vn ihr wisst selber die hat keine 2000 euro gekostet so gut die war schrott und allem dann aber selbst wenn du sagst von dem gleichen baujahr wie meine harley kaufst du die 15 die 15 und denen hat das nachfolgemodell die wirklich auch aussieht wie eine harley mehr oder weniger da bist dabei weiß ich nicht bei der hälfte des geldes vielleicht sogar ein bisschen weniger und ich kann verstehen dass die leute sagen ja warum soll ich denn da so viel geld für ausgeben wenn ich quasi was vergleichbares mit höchstwahrscheinlich sogar zuverlässigeren technik und das ist auch leider manchmal auch so da kaufe ich mir eben dann japaner oder was auch immer da ist nicht jeder bereit für das geld aufbringen zu können zu wollen oder zu finanzieren egal wie man sich auch leisten mag und das ist für mich dann auch nochmals ein ganz anderer stolz auf sowas das ist teurer als meine autos die ich zu hause stehen habe und für ein fahrzeug welches ich deutlich weniger im jahr benutze als mein auto womit ich jeden tag zur arbeit fahren oder wobei geld da auch keine rolle spielt wenn ich jetzt überlege meinen alten mercedes den habe ich ja quasi von meinem vater übernommen und steckt da kohle jetzt auch rein auch wenn es nicht immer viel geld ist aber hier das leppert sich auch irgendwann aber ich habe da so eine alte schrottkiste stehen die mir auch mega viel bedeutet also das ist jetzt nicht so nur weil der harley mega teuer ist dass die eben viel bedeuten muss sondern naja aber dennoch ist es für mich als ein punkt wo du fährst so ein mega teures motorrad also für meine verhältnisse es gibt dann noch welche die kaufen sich die breakout für das dreifache an kohle also aber dennoch es ist halt zum verhältnis zu dem wie ich leben kann und was ich ausgeben kann ist es halt viel geld so und das ist dann noch mal so ein zusätzlicher punkt der bei mir dann auch im kopf spuk so zudem dass ich sowieso mega zufrieden bin so was fahren zu können und dabei sein zu können sozusagen in dieser hd welt und ja das war das habe was ich haben will so das ist einfach so nicht es gibt aktuell auch nichts irgendwie durch sagen würde für die würde ich meine halle abgeben so auf gar keinen fall so was hier zum beispiel so eine batterie aufrädern ich würde es mir niemals kaufen ihr könnt mir eine millionen dafür bieten geben mache ich nicht ich fahre solange man darf und solange es geht und solange man es sich leisten kann verbrenner mal so am rande kann jeder persönlich für sich selbst entscheiden ob er gut findet oder nicht mir ist es die latte ja für mich hat so ein fortbewegungsmittel mit einem verbrennungsmotor ist es für mich nicht nur ein fortbewegungsmittel sondern hat was mit emotionen zu tun und bei so einem e-fahrzeug gibt es keine emotionen das ist wie keine ahnung wenn du deine wohnung in einer wenn du deine wohnung so streichst wie die zahnarztklinik hast du auch wenig im gezicht ich komme hier mal auf eine scheiße das ist unfassbar ja nee also ja gut also eine halle fahren mega mega geil so ein bisschen abschließend hier und ich glaube ich habe viel viel geredet für wenig ja für wenig message aber ich weiß nicht manchmal bedarf es einfach irgendwie mehr worte um die sachen so ausdrücken zu können dass das jemals jemand ein bisschen nachvollziehen kann und vielleicht ist es mir in diesem video vielleicht auch nicht gelungen aber ich glaube der ein oder andere da draußen der wird dieses gefühl wenn er das hier gesehen hat nachvollziehen können für sich und dann gibt es auch leute da weiß ich genau der wird es nicht können oder oder vielleicht auf seine marke die ja für sich als als die nummer eins empfindet also es muss ja nicht die halle sein aber für mich ist es einfach so jetzt hier das ist jetzt ja nicht dass ich euch das vorschreiben will wenn er es genauso haben wollt dann müsst ihr unbedingt nahe fahren aber dennoch sage ich probiert aus wenn ihr auf shopper steht oder auf cruiser und all das was das harley so verkörpert aber wenn ihr euer favoriter schon gefunden habt egal in was hauptsache sehr glücklich damit und und habe dasselbe gefühl und letztendlich ist es egal wo drauf ich hätte halt wie gesagt für mich niemals gesagt dass es für mich dann letztendlich doch eine halle sein wird im leben nicht aber egal so so spielt das leben manchmal und mich nervt es dass es hier nass ist es nervt mich abgrundtief so ich glaube ich habe alles gesagt aber ich beende das video glaube ich vorne bei sonderbike weil ich fühle schon dass ihr seht dass ich noch sonderbike fahre oh geht mir das hier auf den kekse ja jetzt ist die hd wahrscheinlich wieder mega mega dreckig die gute holly meine frau vermisst carrie auf jeden fall also dass das originale eisenschwein welches ich wirklich schrott gekauft habe und zusammen geschustert habe ihr habt es gesehen und wenn ihr es nicht gesehen habt geht einfach mal ich weiß nicht anderthalb zwei jahre zurück auf meinem kanal und schaut euch die videos an da bin ich da auf einmal mit so einem schrotthaufen zu hause ankam und ja hab das ding auf der straße bewegt und ich habe sie damals auch nur gekauft weil mir die 48 so gefallen hat und ich wieder so richtig angefixt war von shopper und nur wegen der sportstar habe ich mir das eisenschwein geholt und wegen dem eisenschwein irgendwann habe ich mir gedacht ne komm jetzt jetzt will du willst doch das originale und so ist das gekommen das ist so eine entwicklung auf meinem kanal eine entwicklung eine persönliche entwicklung sieht so aus und die denken sich auch macht der bekloppt im regen ja das kopiert ist wieder bei sonderbike ich glaube ein bisschen bin ich gerade gerutscht hin egal leute so in diesem sinne bei sonderbike beende ich das video und ich hoffe ich habe nicht zu viel müll erzählt aber vielleicht können das genauso fühlen wie ich und da ist das schon der erste verbrecher leute haut rein wir sehen uns im nächsten video wir sehen uns im nächsten video